Hey du, junger Mann, warum wirst du eigentlich nicht Priester? Naja, jetzt Schödie-Bart. Merk dir anders, Schödie-Bart ist sexy. So attraktiv wie heute war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Naja, da muss ich immer so eine Predigt halten am Sonntag. Merk dir anders, die Predigt hält nicht der Pfarrer, die Predigt hält Jesus selbst durch den Heiligen Geist, wenn der Pfarrer es zulässt. Naja, da habe ich keine Freunde. Merk dir anders, du wirst mehr Freunde haben als je zuvor. Der Vater oder Mutter und ihre Kinder verlässt, die wird dafür das Hundertfache erlangen. Und in der Ewigkeit das ewige Ding. Naja, ich muss erst was Gleibes lernen, dann werde ich das vielleicht. Merk dir anders, was Gleibes als den Priesterberuf gibt es nicht. Naja, wenn ich will einen sicheren Job und Geld und so. Merk dir anders, einen sicheren Job als Priester, einen gefragteren Job als Priester, einen segensreicheren Job als Priester wirst du nicht finden. Merk dir anders, wenn Jesus sagt, folgen wir nach. Psch, gibt's kein Überlegen mehr. Wer die Hand an den Flug gelegt hat und noch zurückblickt, tagt nicht für das Reich Gottes.